Jetzt können auch wir das Adelschieße 2016 offiziell für eröffnet erklären. Wir legen los, traditionell, schwarz und gelb. Der Bahnschwinger der Landsknechte 2016, Simon Gröner, gut Schuss. Oh, das war schon ganz schön. Für die 1, innerhalb des Zulaufs von Kosen Konrad, A2, erste Schütze ist B1, ist die Glück. Und der ist, dass sie nicht im Weiswaffe verärten. Das ist das, das ist das, das ist das, das ist das, das ist das. Wir dürfen es, die Zulaufs von Kosen Konrad. Applaus Ich bin aber nur alle, alle Grüße, die wir für die Zulaufsprecher. Applaus Wahnsinn, herzlichen Glückwunsch, bitte einen Riesenapplaus für die Serie. Und jetzt bitte einen Riesenapplaus. Applaus Vielen Dank. 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 Jetzt geht es natürlich um die Poli. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.